Es ist Montag, der 9. Mai und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es interessante Neuigkeiten, die das bereits am Freitag erwähnte NFT-Projekt Doodles betrifft. McLaren steigt in das NFT-Geschehen ein und belohnt ausgewählte Autobesitzer mit einem Airdrop. Einige WeFriends 2-Holder konnten sich am vergangenen Woche über geschenkte Vicon-Tickets freuen, welche an diesem Wochenende in Minneapolis stattfinden wird. Und wir schauen uns natürlich die Krypto- und NFT-Märkte an, die sich nach der FED-Entscheidung weiter in einer Abwärtsspirale befinden. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge von All-In-NFT. Die erste Nachricht diese Woche betrifft Nvidia. Und zwar muss das Tech-Unternehmen insgesamt 5,5 Millionen Dollar Strafe an die SEC zahlen. Das ist die US-amerikanische Börsenaufsicht. Im Jahr 2008 soll das Unternehmen die Einnahmen aus dem eigenen Krypto-Mining nicht offengelegt haben. Für alle, denen der Großkonzert bisher unbekannt war, Nvidia ist weltweit für die Entwicklung von Grafikprozessoren und Chipsätzen bekannt. Die Chips werden unter anderem für Computer, Server oder Spielekonzonen hergestellt. Für den Tech-Konzern arbeiten insgesamt 19.000 Mitarbeiter, welche zuletzt in der Lage waren, einen Gesamtumsatz von 16,7 Milliarden Dollar vorzuweisen. Ich denke somit, dass die 5,5 Millionen Euro bestimmt aus der Portokasse bezahlt werden können. Das sollte uns aber dennoch nochmal sensibilisieren, dass selbst heute getätigte Krypto- oder NFT-Käufe in unterschiedlichster Form steuerpflichtig sind. Also haltet stets eure getätigten Transaktionen fest, auch wenn sie aktuell noch unwichtig erscheinen. Eine gesonderte Abteilung von Google stellt aktuell ein Team zusammen, welches sich mit den eigenen Cloud-Verwendungen beschäftigen soll, um Web3-Usern zukünftig Cloud-Erweiterungen zur Verfügung stellen zu können. In letzter Woche wurde ja bekannt, dass Binance mit insgesamt 500 Millionen Dollar einer von vielen Investoren der Twitter-Übernahme durch Ile Mast darstellt. Nun gab Binance dazu an, dass sie ein Team aufbauen, welches sich darauf konzentrieren soll, wie Kryptowährungen für Twitter und andere Social-Media-Kanäle hilfreich sein kann. Ich bin mal gespannt, in welcher Form die Kryptowährungen integriert werden. Meiner Meinung nach ist das nur eine Frage der Zeit, bis die ersten großen Social-Media-Plattformen Kryptowährungen oder NFTs integrieren. Max Zuckerberg gab ja auch schon auf Instagram an, NFTs integrieren zu wollen. Mal schauen, wer das Rennen macht und wie nützlich das Ganze am Ende wirklich ist. Am Wochenende ist der Preis von Bitcoin um fast 15% gefallen. Das ist der größte Rückgang seit Januar diesen Jahres. Noch am vergangenen Donnerstag betrug der Wert eines Bitcoins rund 37.000 Euro. Noch am gleichen Tag zeigten sich die ersten Auswirkungen der FED-Ankündigung, welche den Leitzins um 0,5% anheben wird. Der Wert des Bitcoins sank also an diesem Tag auf 34.000 Euro. Nachdem diverse Tech-Werte und natürlich auch der Bitcoin so tief abrutschten, sprachen viele schon von dem maximalen Tiefpunkt. Doch das Wochenende lehrte uns erneut, dass Spekulationswerte, und leider müssen wir den Bitcoin noch dazu einstufen, immer noch tiefer fallen können. Zum Zeitpunkt der Aufnahme erreichte der Bitcoin nämlich ein erneutes Tief, sodass der Bitcoin aktuell 32.100 Euro kostet. Genau wie die letzten Tage lässt sich aktuell schwer vorhersagen, ob es das jetzt war oder wir mit einem erneuten Fall rechnen müssen. Also tätigt eure Invest wohl überlegt. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz erwähnen, dass es sich hier um meine eigenen Gedanken und Überlegungen handelt. Das Ganze stellt keine Anlageberatung dar. Wenn wir uns den kleinen Bruder Ethereum anschauen, können wir das Ganze 1 zu 1 übernehmen. Noch am 05.05. lag Ethereum bei 2.800 Euro. Bis zum Sonntagabend fiel Ethereum unter die Marke von 2.400 Euro, sodass ein Ethereum aktuell 2.390 Euro kostet. Im Gegensatz dazu profitierte natürlich der Theta-Stablecoin USDT, welcher möglichst 1 zu 1 den US-Dollar widerspiegelt. Dieser musste zwar ebenfalls in den letzten Tagen einen kleinen Wertverlust von durchschnittlich 1,5% aufweisen, konnte am gestrigen Tag jedoch um 6% zulegen. Wir sehen also einen Riesenunterschied zu den anderen Kryptowährungen, welche sich immer noch im freien Fall befinden zu sein scheinen. Und ich bin mal gespannt, wie es in den nächsten Tagen so weitergeht. Am Wochenende bin ich auf eine Nachricht gestoßen, die nicht nur für NFT-Holder interessant sein könnte. Auch Automobilbegeisterte sollte das Ganze durchaus ansprechen. Und zwar gab McLaren bekannt, dass sie einen NFT-Drop launchen. Insgesamt werden 2012 zufällig generierte McLaren P1 und P1-GTF-NFTs an ausgewählte Mitglieder der Marke ausgegeben. Durch den Erhalt des NFTs werden den Glücklichen eine McLaren-Mitgliedschaft in der neu erstellten MSO-Lab-Community zugesichert. Auf der Homepage, welche ich euch mal in die Shownotes packe, gibt McLaren es folgendes zu dem Projekt an. McLaren ist seit seiner Gründung beschreibt, Grenzen zu verschieben, indem es die Spitze von Technik und Design zusammenbringt, um Fortschritt durch Leistung voranzuteiben. Es ist dieser Pioniergeist, der McLaren in die Web3-Ära vorantypt. MSO-Lab markiert das erste Kapitel in McLarens ehrgeiziger Metaverse-Roadmap. McLaren Special Operations, die maßgeschneiderte Abteilung von McLaren, war schon immer am äußersten Rand die Kombination von Leistung, Innovation und Handwerkkunst, um die Kunst des Möglichen zu liefern. MSO-Lab wird die Mission fortsetzen und die Zukunft der Leistungen in einem digitalen Bereich erforschen. Wenn wir uns jetzt einmal die Roadmap selber anschauen, zeigt diese auf, dass wir uns aktuell noch in Phase 1 befinden. Das entspricht der Eröffnung eines Discords, in dem ich mich aktuell befinde und ich euch diesen Link auch mal reinpacke, dass ihr dort auch eintreten könnt. Die Ausschüttung der NFTs und die Erstellung eines privaten Rooms im Discord, welcher ausschließlich für die MSO-Lab-Community zugänglich sein wird. In Phase 2 sollen Tickets für exklusive McLaren-Veranstaltungen verteilt werden, virtuelle Rundgänge im McLaren-Hauptquartier und noch nicht genannte Airdrops in Form weiterer NFTs sollen angeboten werden. In Phase 2 soll dann der Einstieg ins Metaverse vollzogen werden, gleichzeitig sollen neue NFT-Holder in die McLaren-Community integriert werden können. Ich sag euch ehrlich, ich finde das eine richtig geile Sache. Zum einen belohnt McLaren die etwaigen Mitglieder und gewährt ihnen exklusiven Zugang zu den privaten Bereichen des Unternehmens. Es zeigt die Innovationen des Unternehmens und den Drang, sich dem Web3 anschließen zu wollen. In Zukunft sollen dann weitere Personen die Möglichkeit geboten werden, sich dem Ganzen anzuschließen. Also ganz ehrlich, rundum erstmal von Idee her super. Daumen hoch. Ich bin echt mal gespannt, wie die Umsetzung vollzogen wird. Kommen wir zu einem weiteren Projekt, welches sich allerdings schon seit längerem in NFT-Space befindet, und zwar den Doodles. Bereits am Freitag hatte ich euch ja mitgeteilt, dass mir das Ganze seltsam vorkommt, dass die meisten NFT-Projekte einen Wertverlust aufweisen, während die Doodles von anfänglichen 15 ETHs auf 24 ETHs gestiegen sind. Und am Wochenende bestätigten sich dann diese Feststellungen, der Präsident von Billboard trat zurück und wird zukünftig der neue CEO von Doodles. Mal ganz kurz zu Billboard. Billboard ist eine US-amerikanische Entertainment-Marke. In erster Linie fungiert das Unternehmen als Online-Magazin für Nachrichten, Ereignisse und Rezessionen aus der Musikbranche. Darüber hinaus organisiert das Unternehmen Veranstaltungen für einen Verlag und betreibt verschiedene TV-Shows. In den USA ist Billboard auf jeden Fall eine richtig große Nummer und deswegen auch der Hype um die Doodles. Da wussten wohl schon einige etwas mehr. Weiter habe ich einen interessanten Doodles-Tweet gefunden, welcher von der nächsten Phase im Projekt spricht. Diese soll in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Die Rede ist von einem bahnbrechenden Projekt, welches transformative Partnerschaften und eine vollständige Enthüllung der Vision aufweisen soll. Zusätzlich soll am Donnerstag, den 12. Mai, etwas Mysteriöles im Doodles-Universum auftauchen. Hier hoffen und spekulatüren natürlich ganz viele auf einen Airdrop, worauf immer alle hoffen. Ich bin echt gespannt auf Donnerstag. Verfolgt definitiv den Podcast, denn ich werde euch mitteilen, was da kommt und was passiert ist. Hier verpasst ihr also nichts. Verfolgt den Podcast und wenn ihr könnt auch die Social Medias und den Discord. Auf einen weiteren Airdrop konnten alle VFriends 2 Holder am Wochenende hoffen, denn Gary V hat einfach spontan ausgewählten VFriends 2 Holdern einen Airdrop gegeben in Form von VCon-Tickets. Morgens sind diese Leute aufgewacht oder noch nicht im Bett gewesen, konnten in ihrer Wallet nachschauen und hatten dort auf einmal ein VCon-Ticket drin. Später hat Gary V dann das Ganze gepostet und in dem Discord bekannt gegeben, dass er 50 VCon-Tickets an ausgewählte VFriends 2 Holder ausgeschüttet hat. Das klingt natürlich ganz schön und gut und viele konnten sich auch freuen. Viele ist allerdings relativ, denn wir müssen überlegen, es gibt 55.000 VFriends 2 Holder, anders als bei dem VFriends 1. Und davon sind 50 Tickets verschenkt worden. Klar, für die 50 freut es mega. Aktuell liegt der Wert eines VCon-Tickets bei 0,1 Ethereum. Das sind um die 500 Dollar. Also wenn wir überlegen, dass die angefangen haben mit 2 Ethereum und der Ethereum-Preis dort auch noch höher war, ist es auf jeden Fall für viele wahrscheinlich jetzt interessant, nach Minnesota, nach Minneapolis nächste Woche zu fliegen. Ich hatte ja dieses Versprechen mal abgegeben, dass wenn ich ein VFriends 2 claimen kann, also bekomme, minten kann für 0,3 ETHs, dann auch zur VCon fliege. Aktuell findet das Ganze noch nicht für mich statt, aber es sind ja noch ein paar Tage hin. Aber ich will nicht zu viel versprechen auf jeden Fall. Die VFriends 2 liegen aktuell bei einem Floorpreis von 0,69 Ethereum. Damit sind wir auch schon bei OpenSea und schauen uns hier nochmal abschließend ganz kurz die Werte an. Bevor wir das machen, möchte ich allerdings mitteilen, das habe ich auch dem Discord bei mir ganz schnell mitgeteilt. Das heißt, hier erfahren die Leute als allererstes Infos, die ich mitbekomme und auch natürlich Infos, die die anderen mitbekommen, tauschen wir dort untereinander aus. Und zwar ist der OpenSea Discord am Wochenende gehackt worden. Mitgliedern wurden auf eine Pishing-Website weitergeleitet, wenn sie auf dortige Links geklickt haben. Und das Ganze kam natürlich wieder dazu, dass viele NFTs aus Wallets verschwunden sind und diese natürlich jetzt lost im Space sind. Wie gesagt, wir konnten im Discord auf jeden Fall schnell darauf reagieren. Die Nachricht ging schnell um, sodass bei uns dort keiner auf diese Links geklickt hat. Also dementsprechend nochmal der Hinweis, entweder hört ihr den Podcast, da hört ihr es ein bisschen später oder trete es halt im Discord bei, da könnt ihr diese News auch direkt bekommen. Schauen wir uns abschließend dann nochmal den OpenSea Marktplatz an. Hier gibt es keine großen Veränderungen zum Wochenende. Wie ich ja bereits auch mit den Kryptowährungen gesagt hatte, gab es hier auch einige Preisverluste. Allerdings haben wir keinen großen Floorpreis. Den größten Floorpreis in den letzten 24 Stunden weist weiter ein Other Seed von Other Side auf mit 3.600 Ethereum. Der Floorpreis beträgt aktuell 3,25 Ethereum. Das ist auch der aktuell niedrigste Wert, den wir bisher erlebt haben. Die Beans von Azuki sind mittlerweile bei 3,0 angekommen. Vor dem ganzen Hype letzte Woche um das Azuki-Projekt lagen diese noch bei 5 Ethereum. Die Mutant Apes sind bei 21 Ethereum angekommen. Die Bored Apes sind fast bei 99 Ethereum angekommen. Die Doodles haben trotz des Hypes etwas Verlust sehen müssen, liegen aber immer noch bei 20 Ethereum. Azuki bei 21,5 Ethereum. Clone X, mittlerweile sehr interessant in meinen Augen, liegt schon bei 14 Ethereum. Es gibt viele, die sagen, unter 10 will ich endlich im Clone X Universum bei Takashi Murakami einsteigen. Bin ich echt gespannt. Die Moonbirds bei 23 Ethereum. Also wir sehen hier, wir haben hier viele Projekte, die reihenweise gerade ihren Wert verlieren. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen fortführen wird. Sobald der erste Hype wieder loslegt, werden diese Projekte auch wieder steigen. Wie gesagt, keine Anlageberatung. Aber macht euch selber ein Bild. In diesem Sinne hoffe ich mal wieder, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst bitte eine Bewertung da. Abonniert den Kanal. Folgt mir auf den sozialen Netzwerken, sodass ihr keine Nachricht mehr verpasst. Vor allem in dem Discord hatte ich jetzt gerade schon zu häufig gewähnt. Denn wir teilen dort auch unsere Erfahrungen, helfen uns gegenseitig bei anfallenden Fragen und besprechen natürlich neue Projekte, die interessant ausschauen. Oder auch Projekte wie zum Beispiel Clone X, die interessant werden könnten aufgrund des Preisfalls. Ich freue mich über jeden Neuankümmling. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns morgen dann wieder, wenn es heißt All in NFT. Ich freue mich überendrauf. Vielen Dank.